gerade ist der fanclub von lucky 13 eingetroffen die sind schon ganz gespannt jetzt was wir nachher im interview machen aber bevor wir jetzt ins interview gehen ja haben wir jetzt noch eine weltpremiere magst du dich selber vorstellen oder soll ich machen und ich bin 13 jahre alt und ja das ist so das erste mal dass ich so vor leuten sing also im privaten umkreis habe ich schon mal gemacht aber ja jetzt ist es so das erste mal ja ich meine du hast jetzt mindestens 53 647 hörer dabei weltweit also dann kann bei deinem auftritt dann bei voice kids beziehungsweise des casting wo du ja mitmachen wir es mit dem cup song den wir gleich hören würden ja hast jetzt natürlich einen unheimlichen bonus die anderen locker von der platte putzen sage ich jetzt mal okay ich doch klar das machst du also ladies and gentlemen wie proudly presents den cup song von kathie glaube ich jill jill okay deine bühne mei ich fühl mir nichts klar ich mache ich dich für die lange Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn du dein Casting hast, dass du genommen wirst und wenn du genommen wirst, dann musst du uns Bescheid sagen, weil dann gehen wir es hier durch, dass alle Leute dann Fernsehen gucken. Ja, danke. Ich danke dir, dass du da warst. Danke auch. Okay, gut.